Moin Moin, ihr Lieben und Willkommen zum Recap des 14. und letzten Spieltages der Regular Season des Dattel Bowls unserer Fantasy Football Liga. Für mich ein ganz, 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 ganz besonderes Spielchen, das stattgefunden hat. Nicht nur, weil es für mich recht wegweisend war für die Playoff-Platzierung, sondern auch der Gegner, die Dice Rulers. Mein Bruder, gegen den ich wieder spielen durfte und das Lustigste, das erste Spiel der Saison, na, komm, war ebenfalls gegen die Dice Rulers. Es schließt sich also ein kleines bisschen der Kreis damals mit knapp 25 Punkten gewonnen, fällt mir auf. Und, na, diesmal mit knapp 25 Punkten Vorsprung. Nee, was rede ich für ein Unsinn, 35. Egal, ist das Gleiche, nur anders. Jedenfalls ein schöner Sieg, auch wenn es nicht die ganze Zeit danach aussah. Einmal hier so ein kleines bisschen der Graph zum Anschauen. Wir waren fast immer ganz, ganz eng beieinander. Bis zur zweiten Hälfte des 10 Uhr-Etwas-Spiels, da fing auf einmal, hier, warte mal, einmal auf Simple Box Go, da fing auf einmal nämlich an, Joe Mixon und Juju Smith-Schuster richtig Punkte zu machen. Wir waren auch zu allen Zeitpunkten eigentlich mit gleich vielen Spielern verbraucht und aktiv auf dem Spielfeld unterwegs, beziehungsweise Spielern noch übrig. Von daher war das bis dahin echt so Kopf-an-Kopf-Rennen und dann ging auf einmal die Schere auf. Zu meinen Gunsten und auch beim letzten Spielchen, wo ich dann noch Robert Woods hatte, der die schlechteste Performance abgeliefert hatte von meinem Team. Wobei, der Kicker, aber den nehme ich einfach mal raus, weil Kicker. Also echt genial, gutes Spiel. Bei Camara war ganz lustig. Die Buccaneers, die hatten eine wunderbare erste Halbzeit. Von diesen 213 Yards war fast alles in der ersten Hälfte. Da wurden die Saints echt klein gehalten und Camara hat lange Zeit sogar Minus-Yards gehabt, was mich zwar einerseits für Fantasy-Football ein bisschen geärgert hat, auf der anderen Seite mir natürlich ganz gut gefiel, weil ich für die Buccaneers bin. Das sind immer so diese lustigen Momente des Fantasy-Footballs, die einfach so einen Reiz ausmachen, weil es da Situationen gibt, auf der einen Seite ärgert man sich, weil ein Spieler des Gegners im eigenen Fantasy-Team ist. Andererseits will man natürlich, dass die Lieblingsmannschaft gewinnt. Das ist also immer wieder eine launige Situation. Und am Ende hat Camara dann doch nochmal auftrumpfen können und hat mit einer Two-Point-Conversion und einigen Yards, die er zum Schluss gemacht hat, dann doch noch zweistellige Punktezahlen geliefert. Wie ist alle Spieler bis auf den Kicker halt und Robert Woods, was ich etwas schade finde, da er eigentlich eher für bessere Performances bekannt ist. Wobei hier so in der zweiten Hälfte waren nicht die Über-Performances mit dabei, aber doch fast immer hier noch zweistellig zuletzt gewesen. Naja, kann halt nicht immer sein. Hauptsache in den Playoffs, wo das ja auch gar nicht mal so schlecht aussieht, weil gegen San Francisco und Arizona sind so die letzten beiden Spiele. Da kann vielleicht doch noch so das ein oder andere gehen. Vorausgesetzt natürlich, die Rams schonen ihn nicht. So frei nach dem Motto, wir haben eh unseren Platz 1 sicher. Was sollen wir uns doch da noch Mühe geben? Das sind so auch so Kleinigkeiten, die kann man auch schon mal berücksichtigen in Richtung der Playoffs. Ansonsten Mixen hat richtig gut abgeliefert. Camarion soll Möglichkeiten. Winston eigentlich auch die erste Hälfte zumindest, weil fast alle Punkte kamen von dort. Adams war super unterwegs. Abram, da habe ich mich zuerst geärgert, weil Cameron Braid eben mal zwei Touchdowns gemacht hat. Aber im Endeffekt, als dann das Spiel zu Ende war, hat Abram auch nicht so viel weniger Punkte gemacht. Und Juju hat mich richtig begeistert. Der fing sehr, sehr verhalten an in der ersten Hälfte, aber hat dann richtig losgelegt. Das freut mich immer, wenn der Knabe richtig loslegt. Zuletzt hat er viele gute Spiele gehabt. Also das auf jeden Fall ein Spieler, den ich in der Hälfte behalten sollte. Auch wenn die nächsten Spiele New England, Saints, Bengals könnten schwieriger sein. Wobei da glaube ich nicht so die Überdefenses vorhanden sein müssten. Wobei die Saints auch in der Defense mittlerweile gar nicht mehr so zu unterschätzen sind. Aber ich war echt zufrieden. Auch auf der Bank, wie gesagt, da habe ich jetzt nicht die übermäßig schlechten Entscheidungen getroffen. Auf der anderen Seite, Rivers war nicht ganz so dolle mit 13,5. Ich glaube, das war eins seiner schlechtesten Spiele. Das ist auch ein ganz konstanter Quarterback. Yep, das war sein schlechtes Spiel der Saison. Gegen mich freut mich immer wieder. Davis konnte auch kein Land sehen. Ein Edwards von Ravens, der Hauptrunningback mittlerweile. Der hat auch nicht so wirklich abgeliefert. Aber dafür Landry hier. Holla die Waldfee. 21,1 Punkte. Tyreek Hill 14,5. Und Kelsey, wir kennen es ja nicht anders von ihm. Der ist halt eine Wucht. Williams hat auch nicht so doll aufgespielt mit 1,4 Punkten. Das ist eher ziemlich schwach. Und allgemein zuletzt 4,6, 2,2, 1,4, 1,4. Heieieiei. Den würde ich nicht unbedingt mehr auf dem Spielfeld behalten. Und ansonsten Jets Defense lief ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal 9 Punkte am Ende macht, weil die recht schlecht angefangen hat. Ein paar Punkte hier auf der Bank liegen gelassen. Mit Maguire hier 14, hast du nicht gesehen. Und Mullins hat etwas besser als Rivers gespielt. Aber effektiv hätte das am Gesamtergebnis nicht wirklich etwas rütteln können. Von daher alles kein Problem. Sauberer Durchmarsch hat mir einen Arsch gerettet. Aber das sehen wir nachher noch beim Playoff-Picture. Was heißt Arsch gerettet? Aber es tat mir nicht schlecht. Dann das zweite Duell, wo ich so ein bisschen schon gewitzelt habe. Die Ruhrpott-Buccaneers haben ihre Spieler für die Playoffs offenbar etwas geschont. Denn mit einem 79 zu 72 war das Spiel, sagen wir mal, verhalten. Das war jetzt nicht so das große Scoring-Spektakel, wie man es erwartet hätte. Gerade von den Ruhrpott-Buccaneers. Sondern echt eine ziemlich enge Kiste. Auf Seiten der Ludwig Slaggers. Vor allem gut, ja gut, Wentz hat ordentlich gespielt jetzt. Nicht herausragend, aber ganz okay. Aber natürlich Ezekiel Elgert. Der ist ja einfach, auch zuletzt glaube ich, einfach eine Wucht. Ja, guck mal. 30, 26, 20, 19, 19. Oh, haha. Da ist ordentlich Wumms hinter gewesen. Dann haben wir natürlich Doug Baldwin, der glaube ich nicht spielen konnte, oder? Ich glaube so ziemlich, ja. Dann Johnson auch nicht so wirklich. Seeds Jones auch nicht. Michael Thomas, der ist auch noch etwas unter seinen Möglichkeiten. Aber diese Woche wieder deutlich besser mit 98 Yards. Zuletzt ja so ein bisschen ein Problemkind gewesen, wo ich echt das Gefühl hatte, dass die Saints ein wenig auf Sicherheit gehen. Aber die Packers Defense, die hat ganz ordentlich gespielt. Allgemein, die Packers, ich weiß nicht, ob jetzt wie entfesselt gespielt, aber gerade in der Anfangsphase haben die Packers echt ein mega heftiges Spiel gezeigt. Als wenn da irgendwie mit den Personaländerungen irgendwas entfacht wurde. Keine Ahnung, manchmal kann das ja echt Feuer untermindern machen. Auf der anderen Seite hatten wir einen Mahomes, der mit 20 Punkten hier ganz gut unterwegs war. Hatte zwar eine Interception, aber 377 Yards, gar nicht mal so schlecht, obwohl die Chiefs das jetzt nicht mehr so dringend nötig haben. Aber trotzdem eine sehr, sehr enge Partie. Auch Kenyon Drake hat ordentlich gespielt. Und Christian McCaffrey, was soll man sagen, der Knabe, der liefert einfach im Moment sowieso ab. Aber danach sieht das ganz düster aus. Hier haben wir so ziemlich mehr oder weniger alle Punkte, die relevant sind für die Mannschaft. Und dann Antonio Brown, der Antonio Brown, 3,5. Mike Evans, 8,6. Gut, tight end read, der war wohl offenbar ein bisschen an der Seitenlinie unterwegs. Null Punkte. Godwin von den Bugs, ja, der hat eigentlich Potenzial wie sonst was. Aber das Problem ist, die Bugs, die haben ganz viele Spieler mit Potenzial. Und so viele Yards haben die am Ende halt doch nicht gemacht. Und das kann sich da echt gut verteilen und ist mal so, mal so. Das ist irgendwie, es gibt da keinen Bugs-Spieler, wo man sagt, ja, der ist immer voll mit dabei. Das ist das Problem fürs Fantasy. Da ist echt der Quarterback noch mit am besten. Weil man da weiß, okay, der macht manchmal zwar dämliche Turnovers, aber an und für sich immer irgendwie solide Punkte. Söhrlein hier mit 8 Punkten auch ganz ordentlich unterwegs gewesen. Und die Dolphins, Defensor 1. Da waren die Packers deutlich besser. Auf der Bank haben wir hier Delvin Cook. Der hätte noch ein bisschen mehr Punkte gemacht. Kopp hätte auch ein paar Pünktchen mehr. Drew Brees, oh ha. Das war ja gar nicht mal so gut. Also da ging das echt mehr über den Rush am Ende. Ich glaube, Ingram war auch gar nicht so schlecht gewesen. Was zur Hölle? Jared Goff war ja eine völlige Nullnummer. Ich würde mal sagen, die Ruhrpott Buccaneers haben trotz dieses Gesamtergebnisses zumindest mal die richtige Quarterback-Entscheidung getroffen. Aber was war da los? 20 von 44 Pässen angekommen. 44 Pässe, davon nur 20 angekommen. Für 180 Yards, 4 Interceptions. Guck mal, der ist gestartet mit Wow und dann gutiert er mal ein bisschen weniger Wow. Da waren wir relativ gut. Und jetzt zuletzt gegen Detroit richtig scheiße gespielt. Und dann gegen die Bärs. Leck mich am Arsch. Okay, das ist schon des Haar der Tobak. Da muss ich erstmal drüber hinwegkommen. Vielleicht ja mit diesem Spiel, dem Low-Scoring-Game-Bar-Excellence. Was war da los? Die Chaotik-Wolves besiegen mit mehr als das Doppelte der Punkte des Gegners. Simmel 16, 76 zu 28 Pünktchen. Ich weiß nicht, in welche Richtung man das jetzt als Ausrufezeichen bewerten soll. Bei Simmel war einfach Pech pur. Okay, Gordon war nicht mit dabei. Aber ansonsten hatte er ja alle Positionen besetzt. Stafford. Guckt euch das an. 101 Yards, was war mit dem los? Ist der verletzt? Wurde der vom Feld genommen? Keine Ahnung. Ah ne, der hat über eine Verletzung noch gespielt. Aber 15 von 23 Pässen ist natürlich rein von der Prozentquote nicht so schlecht. Aber 101 Yards von Matthew fucking Stafford. Da hat zwar eine scheiß O-Line, aber das ist schon unwürdig. Dann Todd Gurley. Die Punktemaschine schlechthin eigentlich. Gucken wir uns das mal an. Ja da, der punktet eigentlich nur in Dimensionen, die so außerhalb der Normalsterblichen sind. Fast immer über 20 Punkte. Und jetzt 5,8. Das ist so gar nichts. Robinson, okay, 4,2. Da habe ich jetzt auch nicht so viel, glaube ich, erwartet. Williams, 4,5. Burton, 2,2. Murray, 0,4 mit 4 Rush Yards. Der Kicker der Texans, der hat, ja, wunderschöne 3 PATs verwandeln dürfen. Aber hatte offenbar auch keinen Feed-Goal-Versuch gehabt. 3 Punkte. Und die Patriots-Defense hat es auch nicht besser gemacht. Also 28,84. Das ist desaströs. Also ich weiß nicht, ob ich diese Saison so eine schlechte Punktezahl gesehen habe. Also, oi, 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 oi. Und gut, auf der Bank hat er deutlich mehr, weil jetzt kommt so ein Oberhammer, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Er hatte Henry, der ja, ich glaube, das war ein Donnerstagsspiel gewesen, mit 47,8 Punkten. Ich glaube, da gab es in der Woche mit Abstand keinen Spieler, der da rankam. Wobei, wir haben noch auf der anderen Seite einen wichtigen Spieler. Zu dem kommen wir gleich. Aber hier die 47,8 Punkte auf der Bank. Und Cam hätte es natürlich auch noch ein bisschen gebracht. Aber ansonsten ist auch auf der Bank nicht wirklich irgendetwas Brauchbares. Bortles hat nicht gespielt. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt draußen ist. I show I. Den hat es erwischt. Na gut, na gut, na gut. Also da war echt, das ist echt hier, Kacke am Schuh hoch drei. Also, ich kann ja nicht irgendwie beziffern, dass er jetzt einen ganz großen Fehler gemacht hat. Außer, dass er Henry nicht auf dem Feld hat. Aber, oi, oi, oi. Wenn der an Gornstelle wäre, hätte er, warte mal, fast 50 Punkte drauf. Ah, das wäre eng geworden. Aber ich glaube, es hätte nicht ausgereicht. Nee, das hätte nicht ausgereicht. Aber es wäre zumindest noch richtig schön eng geworden. Mit Cam Newton, da hätte es ausgereicht. Allerdings hatten auch die Chaotik Wolves nicht die perfekte Aufstellung. Watson, Neveh ja noch ganz gut. Ingram hat sich auch eigentlich ganz brauchbar gezeigt. Crowell, 0,7. Nicht so toll. Aber der Julio, der Julio, der hat es wieder gezeigt. Über 100 Yards, zwei Touchdowns, 22,6 Punkte. Alles supi-dupi. Boynt mit 5,2. Nicht so tolle. Auch Jesse James, 2,8. Nicht gerade cool. Ridley, ein Punkt. Absolut nix. Meier ist mit 9 Punkten wieder in Ordnung. Und die Steelers Defense mit 6 Punkten. Ja, das würde ich auch einfach mal so als gesundes Mittelmaß abstellen. Aber wir hatten hier nämlich Kittel von den Broncos. Äh, nicht von Broncos. Von den 49ers. Der quasi fast alle Punkte der 49ers gemacht hat. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo den Quarterback von denen? Äh, ne. Haben wir nicht. Aber hier 210 Yards und ein Touchdown, 27 Punkte. Und das Traurige ist, die hat er alle in der ersten Hälfte gemacht. Der war ganz kurz davor, ich glaube, 5 Yards, um den Tight End All-Time-Rekord zu machen. Hat allerdings in der zweiten Hälfte keinen einzigen Pass bekommen und entsprechend diesen Rekord nicht brechen können. Das finde ich irgendwie etwas traurig. Wenn man schon in der ersten Hälfte so viele Yards macht, dann, ich weiß nicht, ich hätte da diesen unbedingten Willen gehabt, diese Schallmauer zu durchbrechen. Aber es sollte wohl einfach nicht sein. Und da muss man auch so ein bisschen das Spiel als solches natürlich wichtiger erachten als, ja, den Erfolg einer einzelnen Person. Und entsprechend, da wäre auch noch was gewesen, wenn der jetzt auf der Tight End Position statt der 2,8 Punkte gewesen wäre, hätte es auch etwas anders ausgesehen. Nochmal kurz Blick drauf werfen, was hat er allgemein so? Das ist eine Breakout-Performance. Waren auch nur 7 von 9 Targets, die er gefangen hat, aber mit 2 richtig, richtig langen Läufen, die er da gehabt hat. Also, was will man da eigentlich mehr? Also, 27 Punkte auf der Bank und damit trotzdem nicht die Bank-Trophy, die geht wohl definitiv an den jungen Herren hier, den Henry. Einfach Wahnsinn. So, aber jetzt wird es wieder etwas punktereicher. Wir sind jetzt aus dem Keller zurück. Ragequid NFL gegen die Pech-Pommes Patriots, die ihren Namen alle Ehre gemacht haben. Denn da muss ich mich echt mal so ein bisschen entschuldigen. Ich habe ja, glaube ich, im Discord irgendwie angemerkt, dass ich den Pech-Pommes Patriots mit den Trades, die die gemacht haben, wo es richtig darum ging. Ah, Hauptsache die New England-Spieler. Da dachte ich, oh Gott, mit dem Personal wird nicht mehr viel laufen. Und was macht der Pech-Pommes hier? Der macht über 100 Punkte und schafft es trotzdem nicht zu gewinnen. Also, das tat mir echt in der Seele weh. Ich gönne es zwar auch Ragequid, aber nee, der Pech-Pommes hat derart meine Erwartungen überflügelt. Da hätte ich echt gerne gehabt, wenn er da dann auch am Ende belohnt wird mit dem Sieg. Aber es sollte einfach nicht sein. Denn bei Ragequid, da hatten wir zwar einen nicht so soliden Kirk Cousins, aber einen Aaron Jones, einen Saquan Barkley, der mit 25,7 Punkten richtig gut abgeliefert hat. Hopkins und Seele in ganz in Ordnung, wobei ich mir bei Seele eigentlich noch mehr erwarte. Wens McDonald war nicht so toll, aber dann hatten wir hier noch auf der Flex-Position mit Carson 15 Punkte. Das ist eine gute Flex-Position und auch der Kicker hat hier 16 Punkte, weil er unter anderem auch einen über 50-Yard-Kick über die Latte gelatzt hat. Auch nicht schlecht. Und die Rams-Defense hat auch mit 11 Punkten richtig ordentlich abgeliefert. Und bei den Pech-Pommes-Patriots, ja, da haben wir es. Tom Brady, der hat richtig ein Feuerwerk losgelegt, das allerdings nicht reichte. Ich denke, ihr alle habt mittlerweile das Video gesehen von diesem kuriosen Spielzug, den Lateral, der am Ende gemacht wurde von den Dolphins, der dann tatsächlich in die Endzone geklappt hat. Ich weiß nicht mehr, für wie viele Yards das war, aber ach, das war herrlich. Das war ein Sahnestückchen. Und deswegen hat die Performance von Brayton trotzdem nicht ausgereicht. Also das war ein Spektakl. Ich glaube, da habe ich was verpasst. Also hätte ich das live gesehen, Holla die Waldfee, ich glaube, da wäre auch mir so ein bisschen die Pumpe gegangen. Und auch Eckelein mit 15,4, richtig gut. Jackson nicht so wirklich 3,5. Aber Edelman, der hat, glaube ich, eine seiner besten Performances gezeigt. Wenn ich mich, ja, das war sogar sein bestes Spiel. Mensch, da habe ich es doch gut auf dem Schirm. Gordon war auch in Ordnung. Gronkowski, bäh, mit 16,7. Der hat auch ein richtig gutes Spiel wieder gehabt. Mal sehen, wo liegt der? Auch das beste Spiel dieser Saison bisher, was die Fantasy-Punkte angeht. Dion Lewis, ach, der kann eigentlich mehr. Der ist zwar, glaube ich, die ganze Saison eher niedrig, ja, mit ein paar Ausreißern. Aber ich glaube, eigentlich hat er doch etwas mehr Potenzial. Allerdings ist, glaube ich, auch das Personal, mit dem er da vorne in der Linie steht, nicht unbedingt das Allerbeste. Batker hat hier auch nochmal neun Punkte und die Chargers-Defense nicht so wirklich gut. Hat nur 3,6 zu den 21 zugelassenen Punkten. Entsprechend sind das die drei Punkte, die am Ende auf dem Konto standen. Und es hat nicht gereicht. Echt ein Jammer. Auch Andrew Luck hätte nicht so viel wirklich gebracht, weil Brady noch etwas besser unterwegs war. Und Pedersen, ach, auch von New England. Mensch, die hatten alle einen guten Tag, habe ich den Eindruck, die er da hat. Ich würde mal sagen, gutes Personal ausgewählt von den Patriots. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und auch Samuels wäre gar nicht mal so verkehrt gewesen. Also Pech, Pommes, Patriots, dem Namen alle Ehre gemacht. Aber ein richtig geiler Fight zum Ende der Regular Season. Hat mich echt gefreut, das Spiel nebenher auch zu verfolgen. Da habe ich immer mal wieder einen Blick drauf geworfen. Weil das echt spannend war zu sehen, ob die Pech, Pommes, Patriots doch, sage ich mal, das Kleine. Soll man schon vom Weihnachtswunder sprechen. Ich glaube, da spannen wir uns noch ein bisschen auf. Die Saison geht ja noch weiter. Auch für jene, die nicht in die Championship-Playoffs kommen. Aber dazu gleich mehr. Als letztes hatten wir nämlich noch ein ziemlich eindeutiges Spiel. Die Foggers, somit der Top-Favorit derzeit. Gegen Lilienta Löffler. Eine ganz eindeutige Geschichte. Und jetzt 22 zu 76 Punkten. Wie kam es zustande? Wir hatten einen Rodgers, der gut gespielt hat. Wir hatten einen Chub, der gut gespielt hat. Lindsay war in Ordnung. Allen auch hier. 13,8. Kann man nicht meckern. Cooper war auch mit 39,7 Punkten. Sagen wir mal, nicht so schlecht unterwegs gewesen. Also hätte ich nicht gedacht, dass da jemand noch so hoch punktet. Ich dachte, da wäre wirklich die 47 ganz in einer eigenen Liga. Aber ist gar nicht mal so weit weg von dem Ganzen. Zach Ertz, dass der nicht so gespielt hat. Und der Sony und Lutz. Gut, der hat 8 Punkte gemacht. Das liegt so in seinem Normalen. Das fällt da nicht ins Gewicht, weil das sind schon mal Punkte, die richtig heftig wehtun, wenn man dagegen spielt. Und da hat er auch noch Punkte auf der Bank. T.Y. Hilton 19,9. Howard 10,3. Und die Bears Defense. Wenn ihr die auf dem Feld gehabt hätte, wären nochmal 14 Punkte oben drauf gewesen. Weil nur 6 Punkte zugelassen. 3,6. 4 Interceptions. Ja, das waren die Dinge, die unser Goff geworfen hat. Und eine Safety sogar. Ei, 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 ei. Eine Safety, das tut dann schon ein bisschen weh, habe ich mir sagen lassen. Auf der anderen Seite gab es nur einen Big Ben, der ganz solide gespielt hat. Lamar Miller war auch nicht schlecht. Cook mit 11,6. Und Gostkowski mit 9. Alter Kicker. Macht es aber immer noch recht gut. Auch wenn ich hier gerade, oh, PA-Team ist. Und okay, er hat es gut gemacht. Aber doch irgendwie Punkte verschenkt, die am Ende vielleicht dann auch die Niederlage beschlossen haben. Also für Gostkowski auch nicht unbedingt der allerbeste Tag. Stefan Dix war auch nicht schlecht. Ist, glaube ich, noch nicht so lange beiden Länder löffeln, weil ich fest der Meinung bin, dass der Spieler doch irgendwie bei den Pechpommes Patriots war. Wo ich auch nicht verstehen konnte, dass der weggegeben wollte. Das ist ja eigentlich gut. Der hat auch nicht die völlige Konstanz. Aber Stefan Dix sehe ich doch eigentlich eher als der soliden Spieler, der trotz weniger Touchdowns recht gut Punkte eingefahren hat. Von daher, der war auch ganz okay gewesen. Aber am Ende reicht es mit Abstand nicht. Und auch auf der Bank war jetzt bis auf Ware nicht wirklich viel, was da Punkte gemacht hätte. Also auch, sag ich mal, im Rahmen der Möglichkeiten auf jeden Fall geblieben, was möglich war an einem Spieltag. Allgemein muss man sagen, dass es eher selten wirkliche Griffe ins Klo gibt. Wobei, hier waren echt noch Punkte auf der Bank. Und auch bei diesem Spielchen waren ausnahmsweise zwei richtig fette Griffe ins Klo dabei gewesen. Aber ansonsten hält sich das echt in Grenzen. Und meistens haben wir doch an den Spieltagen die guten Spiele auch auf dem Feld und auf den Bänken nicht wirklich viele Pünktchen. Aber gehen wir doch mal auf die Liga. Ich wollte doch hier die News. Gib mir die News. Wo sind die News? Ach da. Na, dann gucken wir uns doch mal die Trophäen an. Die Poor Coaching Decision geht, oh Wunder, oh Wunder, ans Himmel 16 für die 60,4 Punkte, von denen fast alles von einem einzigen Spieler kam. Die Top Player Trophy ging dafür an Amari Cooper von den Foggers, was ja auch fast 40 Punkte waren. Ähm, die Above and Beyond Trophy geht, ole ole, endlich mal wieder an mich. Jippiei, 18,23 Punkte. Hä? Ich hätte gedacht, dass die Pechpommes Patriots da mehr drüber gewesen wären. Aber okay, ich nehme die gerne mal an. Äh, die High Scoring Bench Trophy geht, oh Wunder, oh Wunder, auch ans Himmel 16 für den High Scoring Player in the League. Äh, Henry hier auf der Bench. Und auch die Foggers kriegen mal wieder eine Trophäe für die Unreal Combination. Boah, wir haben so viele Trophäen heute, wie kommt das? Ähm, combined 59 Pünktchen. Ach so, das geht für die Regular Season gab es jetzt Trophys. Aha. Ähm, die Warpott Buccaneers haben für 2018 die Regular Season Championship im Dattelbull gewonnen. Also vermutlich wegen dem Platz 1, während ich tatsächlich noch die Highest, das Highest Scoring Team bewahren konnte. Und ja, mal schauen, wie jetzt. Es gab nur zwei Wechsel. Die Pechpommes Patriots haben die Lions Defense hinzugenommen und die, äh, LA Defense einfach mal so eben gedroppt. Kann man, glaube ich, machen. Ich glaube, die Defense der Lions zählt noch zu den besseren Sachen der Mannschaft. Während die Chargers, äh, ja, zuletzt sehr überschaubar waren vergleichsweise. Und, ach, nochmal Defense. Ach, da wurde sich die Saints Defense geschnappt. Ah, das ist echt ein guter Deal. Ah, haha, das hätte ich mal sehen müssen. Das ist echt gar nicht mal so schlecht. Also damit kann man, glaube ich, wirklich was anfangen. Und blicken wir doch mal auf das, was uns noch hier erwartet. Und zwar die Playoffs. Die werden, äh, eigentlich immer mit genauso vielen Spielen, wie wir es kennen, sein. Außer jetzt die kommende Woche. Weil da geht es erstmal um die Wild Cards quasi. Und die werden nur im Championship ausgespielt. Einmal zwischen Wagecraft NFL und den Dice Brothers wird ein Spiel ausgetragen. Und zwischen den Foggers und den Lentherlöfflern, die, ja, Bye Weeks, die gingen an beide Buccaneers-Mannschaften. Und wenn die Bucs schon nicht in echt so gut sind, dann zumindest hier beim Fantasy-Football. Wir haben die Bye Weeks bekommen für eine Jute-Saison. Und können uns über eine sichere Teilnahme in den Semifinals freuen. Bedeutet aber nicht, dass es denn für die, die hier verlieren, nächste Woche langweilig wird. Denn, wir werden hier welche haben, die kommen da rein. Aber es gibt dann auch noch hier einen alternativen Baum. Warum? Sprich, wer es da nicht schafft, der tritt dann nochmal hier an, um den nächsten Platz. Es wird also keinesfalls langweilig. Da darf man gut und gerne dranbleiben. Also da kommen noch richtig schön spannende Spielchens. Und das Gleiche ist auch hier in der Consolation. Da, ja, haben wir vier Bye Weeks, damit die in der gleichen Woche Schluss haben. Sprich, Simmel und Ludbey Slackers, die kommen erst in Week 16 gegeneinander. Genauso wie die Pech-Promise-Patriots und die Chaotik-Wulfs. Und dann spielen die hier nochmal um den siebten Platz dann das Ganze. Während die Verlierer aus den beiden Spielen um den neunten spielen. Also nächste Woche nur zwei Partien. Aber danach gibt es wieder fünf Spiele jeweils. Bleibt also schön gespannt auf das, was da noch kommt. Und ich bedanke mich, dass ihr bei der Regular Season dabei wart. Und hoffe, ihr werdet auch viel Spaß in den Playoffs haben. Ich freue mich schon drauf. Ciao, ciao. Ciao.